als er für die Wurzungswissen Kammern heißt bei Oscar Kempten das ist nun gleich ein paar mehr als du denkst so das muss ich jetzt mal Ey. Ey. Ich war unafraid. Ja, geil. Guck mal, was ich in Pink hab. Was denn? Was denn? Wie das heißt, die Punch schon. Ja, in Pink. Ah, ah, Chaka ist not fixed, glaub ich. Ey, doch, ne, klar. Alter, ich hab ein, zwei Perks verloren. Ich hab drei Schläge insgesamt abbekommen. Ja, dann doch, es ist fixed, Muffin. Sollte sein. Ich hab nach drei Schlägen, weil ich tue das garantiert nicht fixed. Ja, kann ich nehmen. Mach halt. Ja, gut. Scheiß-Spiel. Ein K.O. schon wieder. Unnötig. Wie du. Danach hol ich mal Quick Rive. Rive. Okay, lass, lass campen auf. Ich brauch'n MG oder so. Ich hink' immer da vorne liegt was, weil ich so weiß wird, wenn man, äh, Ding, wenn man da schießt. Ach so. Ah, ich lade so langsamer. Hä, da muss ein Lied so, ach so, das muss ganz viel cooler. Ich hatte, Speedcola warte. Ich hab'n hier. Nein, die bringt's nicht hin. Hey! 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 Dann hat die Karmst du stehend auf die Tüte ich habe eine Karte die beste Waffe schon wieder m dann gut in der Kiste das Bicola Kiste zwischendurch Waffe durch Punkte machen das sind die Kampen ah die russische Snape und er ist da die K und das ist ein Punkt Neuer noch nicht Daniel Punkten mir jetzt scheißegal ich will mir lieber noch über kostet 15 oder ja das geld habe ich noch nicht wo sind da bitte aber ich weiß was ist die Weltkrieg die Erländer mit dem bis auf dem ich habe in der Bewerber auf dem Angriff an den Schatten dort und das macht ja und Zorn? Natürlich nicht. Aber egal. Ich harz da über die Zombies. Oh ja. Ich kann das catch. Guck wie viele Punkte die macht. Browning. Ich weiß nicht, wie ich Sniper hergeben soll. Ja, ich geb's jetzt ja. Dein Ernst? M1. Geh ich noch mal ne Kiste. Nein, 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 nein. Die K. Ja. Passt. So, jetzt punchig die Waffe. Gibt's ein E-State oder irgendwas? Nee. Oh, der war... Ah, die ist ein Sonder? Ey, guck dir das mal an. Ey, wie viel schlucken die scheiß Hunde. Wie viel schluckt der? Wie viel schluckt der? Nachlassen. Der Jocke ist fix. Was siehst du denn? Hä? Fang. Nein. Irgendwie hab ich heut grad gar nichts mehr los. Ich weiß nicht. Ich will zum Beispiel spielen aber nicht. Ah. Uff. Ey, die Bar ist so schwach. Bis wie viel, bis welche Runde willst du machen? Ach, wenn wir gerne mal in den Turm. Ach, wenn wir gerne mal in den Turm. Ey, Bar ist so schwach. Wenn wir zu dritt spielen würden, dann... dann könnte jeder ein Fenster nehmen. Das wäre ziemlich geredet. Hm. Pass auf, ein paar kommen zu dir, glaub ich. Die sterben schon. Die lernen schon fast stoppen. Hm. So. So. Ich mach mir ne Waffe jetzt gleich. Bessere Waffe, wie die Bar. Die ist total behindert. Hm. Wie viele Punkte man hier macht, ey. Ja, die vielleicht. Ja, die vielleicht. Ah, ich bin... Da komm ich immer die ESG. Lass die mal leben. Lass die mal leben. Lass die mal leben. Warte mal, warte mal. Ich glaub mit Molle geht's auch, oder? Ja, mit Molle kann man auch Crawler machen. Wie? Mit was? Mit was? Die Mollnotofs. Das sind Mollnotofs. Das sind Mollnotofs. Kiste brennt ab und gib mir ne Waffe. Ah, ich hab keinen Sound mehr gemacht. Nachdem sie abgebrannt hast. Ey, guck's mal, wie geil es aussieht. Mh. 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 Also Moda neue Idee, die Brändekiste. Oh ja. So, nochmal eine pinke STG. Spatz 4447 plus. Hast du schon alle kurz? Ja, na klar. Das ist damit aber nicht schlecht. Ja, aber auch die Sonne irgendwie unnötig. Ja, doch. Mit dem G-Strennen, das dauert, weil es so lang ist. Ja. Das ist damit aber nicht schlecht. Ja, aber auch die Sonne irgendwie unnötig. Ja. Also mit den Waffen werden wir weit kommen. Hm. Ich will mal gleich die MP40 Bunsen. ja, das geht so. Ja, dass die im Fall ist. Auch doch nicht die Hälfte. Ja, das ist aber auch nicht möglich. Ja, aber uns hat auch noch die MP40. ganz so neu kaufen umstürzt du hey was ist die scheiß frage ein junge hallo ja ich war gerade ein bisschen eingequetschen und gehst einfach weg dass du bist jetzt wieder tot man nehmen als der internet wieder abgeschissen ist nein leute meldet euch ich suche leute die mit mir spielen können und let's play man oder wisst den ich nicht abscheißt leute meldet euch ja super wunderschön bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.